Oro ist eine hochmoderne Fruchtsaft-Kälterei. Aus der Region, für die Region. Die sorgfältige Verarbeitung ihrer Äpfel ist garantiert. Dank modernster Technik der Dekanter-Pressung wird ein Apfelsaft gewonnen, der noch mehr Fruchtfleisch und damit Ballaststoffe beinhaltet. Am Schluss bleibt nur noch der Dresda und der wird in der Wildfütterung verwertet. Direktsaft ohne Zusätze, eingelagert in großvolumigen Tanklagern. Vor der Flaschenabfüllung kommt die Qualitätskontrolle. Für mehr Nachhaltigkeit kommt Ihr Oro-Saft in hochwertigen Glaspfandflaschen. Oro, bis heute regional in gleich mehrfacher Hinsicht. Regionales Obst wird zu regionalem Saft, der dank regionalen Kreisläufen in Ihrem Glas landet. Kennen Sie schon das komplette Oro-Sortiment?